So, es ist sechs in der Früh und wir fahren bei Schneefahr und tiefstem Winter ab in den Süden, oder? Ja, man kann zwar nicht glauben, aber ich gehe Richtung Boots und fahre, weil wir auch in der Früh umschauen konnten. Jetzt hat jeder gesagt, wie kann man nur bei denen wegfahren von dem Schnee. Es ist echt so, ich habe die ganze Woche geschaufelt und gerissen und der Armaus geschaufelt und hat echt mal ein bisschen ein Kontrastprogramm. Ganz gerne, da steht einer von der Bauteilung aus, der noch mal nach Hause geht, der geht immer so gut, der fährt mit mir nach Bootsen. Der wird auch nicht gleich nach Hause mit dem Schnee. Ist doch voll schön. Ja, schauen wir, was unten ist, aber es ist voll schön und warm. Wir sind in Bootsen angekommen. Super was? Ja. Also es klappt einfach keiner, weil... Wir sind mal einzig in Schnee in Bootsen. Ja, das ist echt krass und das ist alles auf dem Dach. Da ist Schneefahr. Wären wir jetzt gut verkaufen. So, was geht es noch an? Innesien. Innesien-Teilstation. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Jetzt machen wir alle drei Aachen, oder? Ja. Zwei, sechs. Ja. Und auf. Ja. Wie viel los ist heute mal nicht. Da muss man sich einfach in den Bauder stecken. Ja, für uns gar nicht so schlecht. Es ist so ein bisschen konträr jetzt das Ganze. Oh ja. Los. Ja. 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 Und da muss man nochmal nach dem. Aber das geht weiter. Das geht richtig. Das geht richtig nicht. Innen für T сид keinen Tja. Ich habe das hier. Ja, ich habe das hier. Ja. 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 Das ist vor allem. So, Frau Rieser, wo sind wir? Halt bei den FLAGS. Bei den FLAGS. Die FLAGS sieht von einem Stück Fleisch aus. Eigentlich sind das Fliegerabwehrkanonen vom zweiten Weltkrieg, die FLAGS. Oder Fliegerabwehrgeschütz, oder? Ja, das haben wir gelernt. Was haben wir jetzt für Datum? Der 12. Der 12. Wir schauen es hier auf dem Kalender. Es ist so trocken. Ja, es ist echt wahnsinnig. Wir fangen gerade von Jenesien zu der FLAGS. Das ist echt der Wahnsinn. So, auf gehts. Wir haben keine Zeit. Im Winter sind wir längst am Weg, weil natürlich auch die Kondition bei uns leidet. Was? Was? Bei dir nicht, oder? Nein. Ich habe normalerweise keinen Motor gehabt, also ich spüre es schon auszureden. Aber gut. Was? 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 Hinesien. Gefühlt wirft aber niedergefahren hundertmal. Wirklich cool, super trocken. Ja, der Schnee hat auch noch auf ins Quart. Der lässt uns nicht ganz raus. Das ist irgendwie ein Zeichen, dass wir doch wieder heim sollten. Der Schnee. Aber nächstes mal nehmen wir den Ski mit, dann kommen wir am Dach um ein bisschen Skifahren. Das geht, glaube ich, ganz gut. Nachmittag führen das Auto auf, dann ist das echt eine bärige Sache. Ja. Jetzt geht es rauf jetzt in so ein Hotel. Und noch ein Ham Ham. Genau. Da gehen wir was essen. Machen wir an, geht es weiter. Genau. Möchtest du auch noch ein paar Worte verlieren ans Publikum? Bis morgen. Ja, eine rote Nase noch die Wikis. Das ist ja kalt. Ja, das ist cool. Wir haben nur noch ein Rad geschafft. Die Stimme haben nur noch ein Rad geschafft. Schaltung hat nicht verlassen. Schaltung und Bremsen. Stimmt.